Grün ist es auf der Welt zu sein und darum sagen wir Mai zum Hai und tauchen ein in die Flora, Fauna und Funga. Viel Spaß! Die Auflösung vom Quiz im letzten Video ist der gefingerte Lärchensporn. Manche von euch dachten ja vielleicht auch, es ist der Hohle. Aber das hier ist der gefingerte, der Verwechslungspartner zum hohen Lärchensporn. Denn wir haben hier unter jeder Blüte eben so ein gefingertes Tragblatt und kein Blatt, was einfach so einen ganz glatten normalen Rand hat. Und das ist halt das große Unterscheidungsmerkmal. Zum hohlen Lärchensporn, also nicht zu dem hier, sondern zum hohlen, da haben wir natürlich auch schon ein Porträt gemacht, was ihr euch gerne mal anschauen könnt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Am Wegesrand haben wir jetzt hier einen ganz besonderen Fund gemacht. Eine Pflanze, die jetzt so von ihrem gesamten Erscheinungsbild auf den ersten Blick ein bisschen unauffälliger daherkommt. Es handelt sich hierbei um die Ackersteinsame und die mag eben so Standorte, wie hier einfach so ein Wegesrand zum Beispiel, ist regional unterschiedlich häufig zu finden. In Deutschland vor allen Dingen so eben in manchen Gebieten, eher im Süden vor allen Dingen zu finden, Richtung Norden tendenziell immer seltener. Aber hier und da gibt sie auch dort. Eine ganz interessante Pflanze. Auf den ersten Blick ist sie jetzt nicht so richtig sattgrün, sondern wir haben irgendwie so ein grünlich, aber auch mit so einem leichten Grau oder so Silbertouch von der Erscheinung her, wie die Blätter so sind. Die sind so länglich, eiförmig, oft so ein bisschen spitz oder auch leicht abgerundet. Und dann haben wir oben so kleine, kleine weiße Blüten. Und die Pflanze ist an sich auch recht behaart, so ein bisschen borstig behaart fühlt sie sich an. Die ist ziemlich interessant. Zum einen enthalten die Samen ein Öl, was so in den letzten Jahren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn das Öl enthält sehr gute Omega-3-Fettsäuren. Und da gibt es eine, ich glaube die heißt SDR oder so abgekürzt. Was das komplett heißt, sind alles unaussprechliche Namen. Und die ist halt was ganz besonderes, diese Fettsäure. Denn die findet sich jetzt nicht so häufig überall in so großen Mengen, sondern eben vor allen Dingen in dieser Pflanze. Diese Fettsäure ist halt recht wichtig. Denn es gibt ja diese anderen Fettsäuren, da gibt es eine, die heißt EPA und eine die heißt DHA. Die sind nicht essentiell für den Körper, sondern der kann die auch selber herstellen. Und die finden wir vor allen Dingen in Fisch und in Algen. Aber nicht alle Leute essen unbedingt Fisch oder Algen regelmäßig. Oder Algenöl, Fischöl, sowas. Und für die ist es dann natürlich wichtig, eben andere Fettsäuren zu sich zu nehmen, aus denen der Körper dann diese Fettsäuren wiederum synthetisieren kann. Und da gibt es natürlich ganz klassisch die Alphalinolensäure, die wir ja häufig finden. Zum Beispiel auch im Leinsamenöl und in allen möglichen anderen Ölsorten. Also schon eine recht häufige Sache. Und aus der kann der Körper auch diese anderen beiden Fettsäuren, die wir eben wie gesagt vor allen Dingen in Fischen und Algen ursprünglich finden, da haben es die Fische dann auch her. Daraus kann der die synthetisieren, eben aus dieser Alphalinolensäure. Allerdings ist die Konversationsrate da nicht so überragend. Also man braucht da schon eine ganz gute Menge Alphalinolensäure, dass der Körper da auch ausreichend synthetisieren kann von diesen beiden anderen Fettsäuren. Und da kommt jetzt das hier ins Spiel. Das Öl von diesen Samen, von dieser Pflanze. Denn das enthält eben sowas, was abgekürzt SDA heißt. Diese Fettsäure wiederum hat eine viel bessere Konversationsrate. Und deswegen ist das Öl natürlich ganz gut für alle Leute, die eben weder Fisch noch Algen oder Algenöl essen. Und ja, es wird jetzt in den letzten Jahren eben auch wieder ein bisschen mehr angebaut, die Pflanze und so. Ist ja auch vielleicht nicht verkehrt für die Pflanze, wenn sie mehr angebaut wird. Und so, denn sie ist, war anscheinend schon mal auch ein bisschen häufiger, aber ist natürlich so durch intensive Landwirtschaft und sowas an manchen Orten auch ein bisschen verdrängt worden und so. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Ja, die hat noch viele Verwandte auch. Und da gibt es eine ganz interessante Art auch in Nordamerika, die also auch jetzt so, gerade die Pflanze an sich, ja da geht es jetzt nicht so ums Öl direkt, sondern eher um die Pflanze, die so eine bisschen antihormonelle Wirkung anscheinend hat. Also die so zur Empfängnisverhütung eingesetzt worden ist, dort traditionell. Und anscheinend auch ein bisschen auf die Schilddrüsenhormone wirkt. Wie das jetzt bei der Ackersteinsame genau ist, wissen wir auch nicht. Ob die da eventuell auch eine empfängnisverhütende Wirkung so ein bisschen hat oder vielleicht auch auf die Schilddrüse wirkt. Also jetzt insbesondere die Pflanze, nicht das Öl. Wissen wir jetzt gerade auch nicht so direkt. Ansonsten enthält sie auch Pyrolycidinalkaloide. Also es ist jetzt nicht so die Pflanze, die man unbedingt jetzt so am Wegesrand einfach pflückt und mitnimmt. Also eher lassend, weil wie gesagt, regional teilweise auch sehr selten. Und eher was, was man halt eben anbaut, um das Öl zu gewinnen. Was halt wirklich sehr, sehr wertvoll ist und anscheinend was ganz besonderes ist. Also eine sehr schöne Pflanze eben die Ackersteinsame. Hier haben wir jetzt nochmal eine richtige Seltenheit gefunden. Und zwar ist das hier das Frühlingsadonisröschen. Ja, was ganz besonderes. Also eine sehr schöne Pflanze, die ja teilweise jetzt schon fast verblüht ist. Manche, die haben aber auch noch Knospen. Also die blüht auch noch ein bisschen weiter jetzt. Aber die hat auch schon wahrscheinlich angefangen zu blühen. Da war es wahrscheinlich noch Anfang April oder so. Mitte April. Ist auf jeden Fall so ein klassischer Frühblüher. Frühlingsadonisröschen. Das kündigt das Ganze ja auch schon so ein bisschen an. Und das ist eine Pflanze, die eigentlich ja so historisch vom Menschen erstmal ziemlich viel profitiert hat. Denn ja, als man viele Wälder abgeholzt hat und sowas und dann auch teilweise die Tiere dahin geschickt hat zum Weiden, dann sind eben so Standorte entstanden, die diese Pflanze mag. Denn auch hier sieht man ja, wir haben hier so eine Wiese. Hier ist ziemlich viel Licht am Start. Hier kommt viel Licht hin und so. Und wenig Konkurrenz. Denn die Pflanze ist schon eher ein bisschen anfällig gegen Konkurrenz. Sprich so gegen so Gebüsch, was jetzt hier so wachsen könnte auch. Aber mittlerweile ist natürlich wiederum der Mensch eher zu einem limitierenden Faktor auch geworden. Denn die Pflanze, die mag jetzt auch nicht so gerne so intensive Landwirtschaft und sowas. So Überdüngung und solche Sachen. Deswegen wächst die eigentlich nur noch an Standorten, die fast gepflegt werden. Dass man halt so ein bisschen das herstellt, so das Szenario, was die halt so ein bisschen mag. Wie gesagt, früher gab es ja sowas wie so Wanderbeweidung und sowas. Dass man dann halt mit Schafsherden umhergezogen ist von einer Wiese zur nächsten und so. Und dann waren die auch nicht zu nährstoffhaltig, weil man ja dann wieder weitergezogen ist und die Schafe haben immer alle schön kurz und klein gefuttert. Dass halt wenig Konkurrenz dann da war für solche Pflanzen. Und so in etwa hat das so funktioniert. Mittlerweile ist es halt alles anders. Diese Pflanze enthält herzwirksame Glykoside. Sprich sie kann so bei Herzinsuffizienz und sowas eingesetzt werden. Aber die Betonung ist natürlich nur auf kann oder könnte. Denn man sollte damit selber natürlich keine Experimente starten. Denn herzwirksame Glykoside, wir kennen es ja zum Beispiel auch vom Fingerhut oder vom Maiglöckchen, die sind wunderbar. Die können für viele Leute wirklich ein wahrer Segen sein und super verschiedene Beschwerden lindern und so und alles mögliche verbessern, die Lebensqualität. Aber die herzwirksamen Glykoside sind natürlich auch ganz wunderbar, um sich mal einen Herzstillstand oder sowas herbeizuführen. Gerade wenn man damit selber unbedacht experimentiert. Dann liegt man halt relativ schnell irgendwo aufgebahrt mit so einem kleinen Zettel am Zeh und das war's. Deswegen nicht sowas einfach ernten, als wenn man irgendwie eine Herzinsuffizienz hat oder so. Und natürlich auch deswegen nicht ernten, weil solche Pflanzen extremst selten sind. Und das wäre natürlich auch schade. Auch natürlich nicht gut, sowas auszugraben. Denn das sind schöne Pflanzen. Da denkt man sich natürlich auch vielleicht, das hätte ich gerne im Garten. Aber sowas sollte man natürlich auch nicht tun. Muss vielleicht auch gar nicht gesagt werden, aber vielleicht doch. Weil sowas passiert leider häufig, dass so seltene Pflanzen eben auch oft ausgebuddelt werden. An geschützten Standorten und so, wo die mit Mühe und Not irgendwie noch so dafür gesorgt wird, dass die Pflanze da nicht auch noch verschwindet. So etwas sollte man sich dann anders besorgen, wenn man sowas im Garten haben will. Aber definitiv eine sehr spannende Pflanze. Das Frühlings-Adornisgrößchen. Hier wächst jetzt eine sehr tolle Pflanze, die wir schon im Winter gerne gesammelt haben. Oder beziehungsweise eigentlich immer im Winter gerne sammeln. Zwar jetzt nicht unbedingt hier genau an diesem Standort, wo wir gerade sind. Aber woanders, da finden wir die auch häufig. Hier haben wir den echten Kerbel vor uns, bzw. jetzt hier hinter mir vor allen Dingen. Das ist hier der echte Kerbel. Der ist nicht zu verwechseln mit dem Wiesenkerbel. Das ist schon mal vorweg gesagt. Es ist hier so, wir haben hier so einen kleinen Hang von so einem Hügel. Und oben auf dem Hügel, was man jetzt nicht sehen kann, da ist so ein großes großes Feld. Da wird irgendein Getreide angebaut. Und da wird der anscheinend, so wie es scheint, als Zwischenfrucht verwendet. Das heißt also im Winter wird er da angepflanzt, dass da etwas wächst und nicht nur kahle Erde ist. Der ist wahrscheinlich als Kulturflüchtling dann jetzt hier diesen Hügel runtergewandert. Und wächst jetzt hier eben auch verwildert. Das ist natürlich eine tolle Pflanze, denn wir können schon im Dezember, Januar, Februar so kleine Blattrosetten finden, wo wir wunderbare, köstliche Blätter haben. Ihr könnt ja mal gucken, wir haben im Winter den auch mal gezeigt in einem Video. Und jetzt ist er schon richtig groß, natürlich. Denn der hat es relativ eilig immer. Und jetzt sehen wir natürlich auch noch mal ein paar mehr Merkmale. Jetzt im Gegensatz zum Winter, wo wir nur so diese kleinen zarten Blättchen haben, ist jetzt doch hier einiges passiert. Und was uns natürlich auffällt, wir haben sehr zarte Blätter. Also die sind auch, wenn man sie anfasst, ja nicht so doll fest oder irgendwie ledrig oder so oder zäh, überhaupt nicht. Sondern die fühlen sich sehr zart an und so ganz filigran irgendwie. Und sie sind natürlich auch gefiedert. Und was wir ja auch schon gesehen haben, dass die Blätter auch so gerade so am Stängel und auf der Blattunterseite auch so ganz bisschen behaart sind. Vor allen Dingen aber an den Stängeln sind sie behaart. Aber jetzt haben wir natürlich auch so einen großen Stängel, wo dann oben die Knospen dran sind. Und der ist so ründlich, teilweise auch so ein bisschen gerillt. Und da fällt uns auch was auf. Nämlich, wir haben hier immer so diese Knotenpunkte, wo die Blätter abgehen. Und da ist der Stängel nämlich immer da, wo hier jetzt so was abgeht seitlich. Da drüber ist ja auch immer so ein bisschen behaart. So eine ähnliche Behaarung, wie wir auch an den Blättern finden. Irgendwie so ein bisschen flaumig. Und die lässt dann aber nach. Und der Stängel wird dann nach oben hin wieder kahl, bis dann hier wieder der nächste Knotenpunkt kommt. Und da ist er dann wieder behaart. Und was dann hier seitlich abgeht, hier haben wir auch so Blattscheiden, wie man sehen kann, was hier so ein bisschen diesen Stängel hier so umhüllt. Dieses Häutchen hier. Das ist am Rand besonders intensiv behaart. Das sieht richtig wollig weich aus. Da würde man sich am liebsten schrumpfen lassen und reinlegen. Also es sieht sehr gemütlich aus, diese Blattscheide. Und ja, das ist also auch so ein Merkmal. Und dann haben wir natürlich den Duft, wenn wir die Blätter zerreiben, der wird so als anisartig beschrieben. Ja, es ist nicht nur Anis. Also es hat eine starke Anisnote, aber es ist schon halt eher kerbelig als Anis, weil es ist halt Kerbel. Aber so in etwa. Man muss natürlich gut aufpassen. Es ist ein Doldenblütler und damit ist natürlich große Gefahr, auch den zu verwechseln mit dem Schierling, der auch durchaus ähnliche Blätter hat. Der jetzt oft noch nicht unbedingt so lange Stängel hat. Also der ist jetzt zu der Zeit oft eher noch in so einem Rosettenstadium. Und ja, fängt jetzt so langsam an, die Stängel zu kriegen, die ja so auffällig rot gefleckt sind. Und der riecht im Gegensatz zu dem hier halt nicht nach Anis, sondern nach Mäuseurin. Außerdem haben wir natürlich auch die Hunspetersilie. Auch die ist richtig schön giftig. Hat auch sehr ähnlich aussehende Blätter. Auch auf die sollte man Acht geben. Und ja auch so auf Kälberköpfe und sowas alles. Also mit den Doldenblütlern ist immer nicht zu spaßen. Da ist immer größte Vorsicht geboten, wirklich jedes Merkmal einzeln abzuchecken. Und ja, der echte Kerbel ist hier jetzt eben wahrscheinlich so ein Kulturflüchtling von dem Feld da oben. Es gibt da anscheinend zwei so Sippen. Also es gibt anscheinend so eine Wildsippe und eine Kultursippe. Es ist hier wahrscheinlich halt die Kultursippe. Und an manchen Orten gibt es den auch so von sich aus ganz natürlich Wild. Ja, in so einer Wildsippe eben. Also eine tolle Pflanze. Wenn man sie irgendwo kennt, Standorte, ja, da ist er wie hier dann gerne wirklich in Massen. Und das ist jetzt nicht nur hier dieser Hügel, sondern das zieht sich hier auf einer Strecke von zwei, drei Kilometern, dass der hier überall ist. Also hier hat man wirklich wahrscheinlich kiloweise Kerbel ohne Ende. Und ja, das ist natürlich eine tolle Pflanze in der Küche. Sehr aromatisch, enthält sehr viele ätherische Öle, aber auch viele Vitamine und Mineralstoffe. Ist ja auch eine traditionelle Zutat in so grünen Donnerstagsuppen und grüne Soßen und all sowas. Macht ja auch Sinn, denn der ist jetzt einfach da und ist jetzt halt so ein ganz saisonales Gewächs auch. Was früher ja viel mehr verzehrt worden ist, auch in wesentlich größeren Mengen als heutzutage irgendwie. Was ja eigentlich gar keinen Sinn macht, denn das ist wirklich eine super Pflanze. Also kann man nur empfehlen, wenn man sich gut auskennt und die bestimmen kann sicher. Dann ist es wirklich ein tolles Wildkraut, was absolut herrlich ist in Salaten und Soßen und allem. Also wirklich toll. Teilherzung und eine sehr große Pflanze Authentizium hat man sie wirklich sehr viel dran, vielleicht muss man ihn in Salaten und Namen. Hier haben wir eine Pflanze, die auch an grauen Tagen, so wie jetzt hier heute, einen so richtig schön verzaubern kann. Hier haben wir die echte Schlüsselblume. Selbst wenn der Himmel so richtig duster ist, ist es dann doch auf dem Boden, wo die wächst, wunderschön leuchtend. Denn wir haben dieses strahlende Gelb von den Blüten, was natürlich untermalt wird durch die grünen Blätter, die unten drunter sind. Das ist natürlich eine wunderschöne Blume, die leider sehr selten geworden ist an manchen Orten und früher eigentlich mal sehr häufig war, denn sie mag stickstoffarme Böden. Das gab es früher natürlich in großen Mengen und mittlerweile, insbesondere natürlich durch intensive Landwirtschaft, die Gülle auf den ganzen Feldern, gibt es diese Böden, die die Pflanze mag eben immer seltener leider. Und deswegen ist sie auch geschützt und sollte nicht gesammelt werden. Früher wurde sie viel gesammelt und das hat sie wahrscheinlich weniger gefährdet, als eben so die Verdrängung der Lebensräume, wie das meistens so ist. Ist natürlich sehr schade, denn es ist eine tolle Pflanze, die ja zum Beispiel Saponine enthält, die schleimlösend sind. Höher dosiert ist die Pflanze aber durch diese Saponine dann auch so ein bisschen nicht so gut für den Magen. Ansonsten ist es vor allen Dingen eben eine Pflanze auch mit einer großen Mythologie. Also sowohl bei den Germanen war es eben so eine ziemlich geschätzte Pflanze und auch bei den Kelten, bei den keltischen Druiden, das galt eben als eine Pflanze, wo so die Elfen wohnen und sowas drin. In der Pflanze galt auch als eine Pflanze, die so ein bisschen sagt, da wo die wächst, da gibt es einen Schatz zu finden und sowas. Also da gab es viele Riten rund um diese Pflanze und eben war auch eine Heilpflanze, aber auch eine Salatpflanze. Tatsächlich wurden eben auch die Blätter gerne verwendet, eben einfach zum Verzehr. Auch die Blüten, denn die haben einen sehr intensiven Geschmack. Man kann die Pflanze ja zumindest selber anbauen und dann kann man sie natürlich auch essen. Wenn man sie sich im Garten anbaut, das wäre natürlich so eine Möglichkeit. Und dann wird man auch merken, dass die Blüten halt einen super blumigen, tollen Geschmack haben. Also es ist wirklich eine feine, feine Pflanze, die wir vor allen Dingen natürlich insofern schützen können, indem wir sie nicht sammeln, weil es auch verboten ist, klar. Aber natürlich auch versuchen, besser wieder einfach unsere Nahrungsmittel zu produzieren in der Landwirtschaft. So könnte man die Pflanze dann wieder öfter haben. Damit wurden auch Weine aromatisiert zum Beispiel oder auch Tees können damit hergestellt werden. Also es wirklich eigentlich eine ganz, ganz tolle Pflanze. Und ja, wir unterscheiden sie von der hohen Schlüsselblume, die ihr wie gesagt in einem Video schon sehen könnt. Vor allen Dingen natürlich jetzt dadurch durch die Blüte ganz einfach. Denn die ist hier so ein bisschen kleiner, die Blüte, bei der echten hier. Aber intensiver gelb. Also da hat jemand so den Regler von der Sättigung auf jeden Fall richtig hochgeschraubt. Denn die ist richtig gesättigt gelb. Also richtig intensiv. Also was ganz tolles. Leider eben selten geworden. Aber wir können es ja hoffentlich noch ändern in der Zukunft, dass sowas wieder mehr zu finden ist. Denn das ist wirklich eine Pflanze, die würde hier in Mitteleuropa in Massen wachsen eigentlich auf so Wiesen und so. Also das muss gar nicht sein, dass die so selten ist. Und hier gibt es jetzt noch mal ein paar Morcheln. Schöne Speisemorcheln haben wir hier gefunden. Hier sind schon mal ein paar und dann geht es hier unten auch noch weiter. Hier haben wir jetzt auch teilweise, an manchen Stellen ist der Boden hier auch mal ein bisschen sandiger, tatsächlich gar nicht so lehmhaltig, wie das sonst gerne so ist bei denen. Ja und hier gibt es auf jeden Fall schöne. Ja die wachsen hier zusammen, wie man ja sehen kann auch mit Buschwindröschen. Ja also hier morchelt es noch ein bisschen. Ja also allzu lang wird die Morchelzeiter jetzt auch nicht mehr gehen wahrscheinlich. Aber hier gibt es immer noch welche. Also ganz ganz schicke hier. Da wir ja gerade Speisemorcheln gefunden haben, wissen wir ja schon, dass wir es hier wahrscheinlich schon eher mit basischen Verhältnissen zu tun haben. Ja Kalk im Boden ist und das bestätigt sich jetzt hier auch ein ganzes Stück weiter entfernt immer noch. Hier haben wir jetzt eine Wiese, in dem Fall an einem Waldrand. Und die ist ein bisschen magerer. Ja also hier haben wir nicht sehr viele Nährstoffe unbedingt. Und kalkige Verhältnisse, magerer Wiese, da finden wir das hier. Eine ganz interessante Pflanze. Die kleine Bibernelle, Pimpinella saxifraga. Und ist nicht zu verwechseln, um das mal zu sagen, weil Pimpinella und Bibernelle mit dem kleinen Wiesenknopf. Den haben wir ja auch schon mal gezeigt in dem Video. Das werden wir in der Infobox verlinken. Die werden gerne verwechselt, die Pflanzen. Sehr gerne sogar. Wegen dieser Verwirrung. Einfach, dass sie teilweise die gleichen Trivialnamen haben und so. Und zu allem Übel auch noch sehr ähnlich aussehen. Und dann auch noch teilweise auch an gleichen Standorten wachsen. Und ja wir schauen uns die mal an hier. Also es ist jetzt ganz typisch, dass die jetzt hier so Blattrosetten ausbildet. Ja über dem Boden und hier in der Mitte. Hier sehen wir auch schon, hier kommt dann auch noch so ein Trieb raus. Was so der Stängel wird, wo dann auch mal vielleicht die Blüte rauskommt irgendwann. Und wir haben hier so gefiederte Blätter. Ja an relativ langen Stängeln auch. Also hier haben wir schon so um die 20-25 cm lange Blattstängel in dem Fall. Und die sind gefiedert, die Blätter. Rundrum sind sie gesägt. Es sitzen immer an Paaren zusammen. Und von der Blattoberseite her sind sie eigentlich recht kahl. Haben so ein mittleres Grün. Und von der Blattunterseite her sind sie eher ein bisschen heller und auch leicht behaart. Genauso wie der Stiel. Auch der ist behaart. Und wir haben auch in der Mitte so eine Rille vom Stiel. Wir haben auch teilweise so leichte Rottöne an manchen Stellen hier so. Ja die Blattform ist aber recht variabel. Ja also das ist so ein bisschen so eine Sache. Also sie sind schon immer so gesägt. Wie gesagt von oben eher kahl, von unten eher behaart. Aber da gibt es schon unterschiedliche Sachen. Ja hier so. Also manche haben dann auch zum Beispiel so wie das hier. Ja dann hier nochmal so eine richtige Einkerbung, wo jetzt hier nochmal sowas abgeht und so. Also da ist schon sehr variabel. Ja muss man auf jeden Fall gut kennen die Pflanze. Ja und sich gut einprägen und dann vergleichen auch mit Bildern und so. Weil es ist ein Deudenblütler und da ist natürlich immer die Gefahr bei Deudenblütlern. Da gibt es alle möglichen sehr giftigen Geschichten und da will man keine Verwechslung machen. Auf keinen Fall. Also da gibt es Kälberköpfe und Schierling, Hunspetersilie und und und. Ja lauter unschöne Sachen. Vieles auch was halt sehr sehr übel enden kann. Bisweilen sogar halt auch unter der Erde. Apropos unter der Erde. Ja wir haben hier auch eine recht auffällige Wurzel. Wir sehen es hier. Auch die ist so 20-25 cm lang. Ja und recht dick. Also so eine schöne Pfahlwurzel haben wir hier. Und ja da stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt mit dieser Pflanze eigentlich so? Wie kann die verwendet werden? Wie wurde die vielleicht verwendet? Was jetzt so der Klassiker ist? In der Küche sind die Blätter und die sind eben verwirrenderweise wie der kleine Wiesenknopf. Ja, der eine ganz andere Pflanze ist. Aber auch die hier schmecken so ein bisschen nach Gurke tatsächlich. Haben aber auch so ein bisschen was so von Karotte vielleicht. Und auch was von Anis. Und das macht auch Sinn. Denn diese Pflanze ist sehr nah verwandt tatsächlich mit der Anispflanze. Also so nah dran verwandt. Da gibt es eigentlich nur noch die große Bibernelle und das war es schon. Die Blätter sind also eher so in der klassischen Frühjahrsküche. Ja auch vor allen Dingen traditionell verwendet worden für Suppen und Soßen und Salate und sowas. Wie gesagt, die haben halt auch eben recht viele ätherische Öle, die eben der Sache so einen ganz interessanten Geschmack geben. Die Wurzel wiederum ist das, was eigentlich so in der Heilkunde verwendet worden ist. In der Naturheilkunde. Und die wurde sehr sehr vielseitig verwendet. Denn die wurde verwendet zum Beispiel bei Wunden. Alle möglichen Arten Wunden auf der Haut, auch im Mundraum. Auch teilweise so bei Zahnfleischgeschichten und sowas. Ja wurden damit sowieso Spülungen gemacht und so. Bäder wurden damit gemacht. Eben für äußere Wunden auf der Haut. Also das war zur Wundheilung einerseits. Dann aber auch so bei Rachenerkrankungen, Entzündungen, teilweise Heiserkeit. Auch um Husten. Ja so als Schleimlöser wurde die Wurzel verwendet. Und dann eben auch weiter dann im Magen-Darm tragt. Ja um die Verdauung zu fördern. Und auch so als diuretisches Mittel. Harntreibend. Ja. Und auch so gegen Blasensteine. Denn was wir im wissenschaftlichen Namen haben, dieses Saxifraga, heißt eben auch so viel wie steinbrechend oder so. Und dementsprechend wurde das auch so in der Richtung verwendet teilweise. Ja interessanterweise Bibernelle, ja oder so Bimpernelle und so. Und Pimpernelle, solche Wörter waren früher teilweise auch Schimpfwörter teilweise. Ja da hat man halt mal so Leute mit beschimpft. Ja wie man das halt ganz gerne mal so macht hin und wieder. Also das war ein ganz interessanter, dass es da als Schimpfwort mal galt auch. Es ist mal wieder beste Zeit invasive Neophyten aufzufressen. Und das in großen, großen Mengen. Ne besser nicht, übertreiben. Aber wenn man möchte, kann man dann schon mal zu lang. Wir haben jetzt hier im Hintergrund den japanischen Staudenknöterich. Eine Pflanze, die zum Beispiel ganz gerne in Japan wächst. Aber hier so in Mitteleuropa durchaus zu einem Problem wird. Denn sie ist eben invasiv und verdrängt einheimische Arten. Gerade an Bachläufen wachsen die Pflanze. Da fühlt sie sich besonders wohl. Oder so insgesamt einfach so ein bisschen feuchtere Standorte, die auch so ein bisschen schattiger sind. Das macht ja auch nicht so viel aus. Und da haben wir jetzt hier eben mal so diese Sprösslinge, die jetzt kommen. Die sind jetzt hier so 20, ja teilweise manche schon 30 Zentimeter groß. Und die schneiden wir einfach ab und nehmen sie dann mit. Und ja, da kommen so ein bisschen die Pflanzen, der so ein bisschen Einhalt gebieten. Und wir haben jetzt hier diese Sprösslinge, die sind eben so grün und haben so rote Flecken. Muss man aufpassen, auch der gefleckte Schierling hat rote Flecken. Die haben jetzt hier aber ganz andere Blätter. Man sieht es jetzt hier so an den Spitzen, erinnert so ein bisschen an Dreiecke. Oder sind zum Teil auch so feilförmig vielleicht. Oder so teilweise manchmal auch so herzförmig. Sowas in der Richtung. Und haben jetzt hier auch gerade so in diesem jungen Stadium auch noch so rote Ränder teilweise, die Blätter. Also wir haben hier recht viele Rottöne mit im Programm. Und die Stiele, die sind von innen auch hohl, wie man sehen kann. Und haben immer wie so Kammern. Das erinnert auch so ein bisschen an Bambus. Man kann aus dieser Pflanze ja auch ganz wunderbar Flöten herstellen. Denn auch wie aus Bambus, mit dem wird das ja auch gemacht. Also es ist auch ein Nutzen. Diese Sprösslinge hier, die sehen aus wie Spargel. Man kann sie auch gut anbraten durchaus. Aber sie sind ziemlich sauer. Das sollte man auf jeden Fall dazu wissen. Es ist eine recht saure Pflanze. Und deswegen ist sie natürlich auch eine tolle Alternative wiederum zu Rhabarber. Denn auch der ist ziemlich sauer. Und die Pflanze enthält auch Oxalsäure. Und auch deswegen macht es definitiv Sinn, die zu erhitzen. Um da so ein bisschen mit der Oxalsäure so ein bisschen besser klarkommen zu können. Man kann sie auch durchaus roh essen. Aber man muss dann halt wissen, der Oxalsäuregehalt ist dann natürlich ein bisschen mehr ein Problem. Und die Oxalsäure kann wiederum so ein bisschen die Resorption von Mineralstoffen im Körper so ein bisschen hemmen. Also ist so ein Für und Wider. Also wir essen es eigentlich lieber eigentlich erhitzt. Ja, wir haben es auch schon als Spargel-Alternative probiert. Wie gesagt, ist recht sauer. Und was uns eben doch besser gefällt, ist eher so als Rhabarber-Alternative zu verwenden. Denn da ist es wirklich, merkt man kaum Unterschied. Und hat aber auch gesundheitliche Vorteile. Die Pflanze enthält ziemlich viel Resveratrol. Ja, vor allen Dingen eigentlich eher in den Wurzeln. Und auch im Herbst ist er, die hat sehr schöne Wurzeln, die so richtig leuchtend orange sind. Aber auch natürlich in diesem Sprössling ist es drin. Nicht ganz so viel. Aber es ist drin. Ja, die Pflanze enthält auch bisweilen jetzt mehr als zum Beispiel Wein. Ja, der Wein wird ja immer hochgelobt für den Resveratrol-Gehalt. Hier finden wir noch viel mehr drin in der Pflanze. Ja, das Resveratrol ist ja so ein bisschen umstritten. Wird ja oft so vermarktet als Allheilmittel, was das Leben verlängert und alles mögliche. Da gibt es ja auch Studien, die das so ein bisschen belegen. Es sind aber meistens eher in vitro Studien und Tierversuchsstudien. Oder Studien mit einem Studiendesign, was halt immer so ein bisschen umstritten ist dann teilweise. Da gibt es viele Wirkungen, die da gezeigt wurden. Antikrebswirkungen, wie gesagt, lebensverlängernde Wirkungen. Wirkungen, die gut so für die kognitiven Fähigkeiten sind. Dass man da mehr Konzentrationsfähigkeit hat, mehr Merkfähigkeit, all sowas. Also wirklich ein riesiger Rundumschlag an Wirkungen gegen das metabolische Syndrom und und und. Ja, also das Resveratrol ist hier auf jeden Fall drin. Egal, ob es jetzt diese Wirkung hat oder nicht. Und ja, wie gesagt, Rhabarber wäre so eine Möglichkeit, statt Rhabarber das zu verwenden für Süßspeisen. Um so Pudding zu kochen oder auf Kuchen drauf zu tun. Aber vielleicht auch ein ganz interessanter Versuch, haben wir auch noch nicht probiert, vielleicht dieses Jahr mal die ganze Geschichte zu fermentieren. Denn das wird wohl anscheinend auch teilweise in Japan so gemacht, dass es so in Salz eingelegt wird und so. Und das wäre natürlich mal ein spannender Versuch, das zu versuchen. Also vielleicht machen wir dieses Jahr mal, dass wir die fermentieren. Ja, Fermentationsrezepte findet ihr auf unserem Kanal. Wir legen die dann also sozusagen einfach in Wasser ein, mit einem bestimmten Salzgehalt in ein Glasgefäß, wo Luft raus kann, aber nicht unbedingt rein kann. Und dann wird das da drin einfach so zwei, drei Wochen liegen. Und dann werden wir mal schauen. Dann hat man wie so sauer eingelegte Sprösslinge hier. Dann sauer sind sie ja schon, also was will man mehr. Also ganz fein. Und man erkennt sie vor allen Dingen natürlich, diese Sprösslinge sind jetzt dann noch recht kurz. Und gerade wenn jetzt so ein dichter Bewuchs ist, so wie hier, wo auch Brennnesseln wachsen, alles mögliche, sieht man die jetzt nicht so gut. Aber das hier sieht man natürlich extrem gut vom letzten Jahr. Was hier so noch steht, was halt so aussieht wie vertrockneter Bambus. Das ist es halt. Und so kann man die recht leicht finden, einfach an den Überresten vom Vorjahr. Also der japanische Staunenknöterich. In gewisser Weise eine tolle Pflanze, in gewisser Weise halt auch problematisch. Und deswegen heißt es bei der einfach aufessen, ja. Futtern, was das Zeug hält. Mit der Oxalsäure natürlich im Hinterkopf. Bis zum nächsten Mal. Der Frühling geht wunderschön weiter, jetzt hier in Form von blauen Farben und so ein bisschen lilanen Farben. Hier haben wir nämlich den kriechenden Günsel und das ist eine Pflanze, die jetzt nicht eine der allerersten ist im Frühjahr, sondern die blüht jetzt gerne Anfang Mai oder letztes Jahr. Da hat sie auch schon Ende April geblüht, weil der Frühling da schon ein bisschen schneller war und wärmer. Typischer Lippenblütler mit den Blüten, die eben so ein bisschen wie so Lippen haben und kreuzgegenständige Blätter. Immer zwei, die in zwei Richtungen zeigen und dann drüber ist wieder ein Blattpaar, was genau in die anderen Richtungen jeweils zeigt. Ein besonderes Highlight an der Pflanze ist definitiv der Duft, denn die riecht sehr interessant und wunderbar nach Schokolade und Kakao und sowas. Also das ist wirklich sehr, sehr fein bei der Pflanze. Der Geschmack ist aber ganz anders. Es ist ein sehr bitteres Kraut und eignet sich daher nur in kleinen Mengen. Also so für die Küche oder so. Mit Kartoffeln benutzen wir das ganz gerne. So für Ofenkartoffeln oder so. Wirklich nur klein dosiert. Ja ansonsten kann man es natürlich auch einfach ganz stehen lassen und sich einfach nur an dem Aussehen erfreuen oder an dem wunderbaren Duft. Der kriechende Günzel. Ganz pünktlich mit dem Beginn vom Mai kommt auch dieser Pilz jetzt hier raus, geschossen aus seinen bevorzugten Habitaten. Und der ist im wahrsten Sinne, der kommt wirklich raus geschossen. Denn der kann sehr schnell wachsen und sehr, sehr groß werden. Das ist hier der schuppige Porling. Und der wächst hier, wie man sehen kann, an so einem Baumstumpf in dem Fall. Der kann auch noch stehenden Bäumen wachsen oder halt auch auf liegenden Baumstämmen wachsen. Und der löst Weißfäule aus. Ja, sprich der baut das Lignin zum Beispiel ab, was in dem Holz drin ist. Und ich schneide den jetzt mal ab. Hier hätten wir schon mal einen. Und das ist ein ganz wunderbarer Pilz. Einer der unterbewertesten und unterschätztesten Pilze, die es eigentlich so gibt. Ein großer Vorteil von dem ist, der ist relativ häufig eigentlich. Man findet ihn jetzt im Mai. Also ganz typisch. Mai, Juni ist so die typische Zeit. Und er hat auch ganz gute Merkmale. Denn wie wir sehen können, hat er wie so Schuppen oben auf dem Hut oben drauf. Er wächst an Holz. Ja, der Stiel geht meistens so seitlich ab, wie es auch bei dem hier so ist. Und von der Unterseite haben wir keine Lamellen, sondern wir haben Poren. Was natürlich auch unfassbar praktisch ist zur Bestimmung. Macht es auch alles ein bisschen einfacher. Ja, da ist das Ding, man kann die Huthaut nicht so leicht von dieser Porenschicht einfach trennen. Was ihn zu den Röhrlingen unterscheidet, wo man die beiden Schichten leicht auseinanderziehen kann. Und hier ist es halt anders. Ja, das ist so. Und im Alter, ja das ist ja noch nicht ganz so alt, kriegt er dann auch so eine schwarze Stielbasis sozusagen. Also das ist auch noch ein typisches Merkmal. Da wird er dann auch so schuppiger Schwarzstielporing und sowas alles teilweise genannt. Ja, wir haben an sich so braune Farben oben. Mit diesen Schuppen, die gerne auch mal richtig ins dunkelbraun bis fast schwarz gehen. Und dann eben relativ helle Poren auf der Unterseite. Ja, dann haben wir ein ganz typisches Merkmal auch noch. Das ist ganz wichtig, denn Pilze müssen immer mit allen Sinnen erfahren werden zur Bestimmung. Das ist der wunderbare Duft. Denn der Pilz duftet so ein bisschen nach Mehl, aber auch so ein bisschen nach Melone. Ja, so eine Mischung aus Mehl und Melone. Und wenn wir den jetzt zubereiten, dann schmeckt der so ein bisschen ja, auch melonig, mehlig, aber auch leicht nussig. Sehr interessant. Wird manchmal in manchen Büchern oder Internetseiten auch als eher minderwertig vom Geschmack her beschrieben. Aber vielleicht haben die Leute den dann noch nicht ganz ausgetestet, wie man den so kulinarisch einsetzen kann. Der passt nämlich ganz hervorragend so zur mediterranen Küche. Gerade sowas so mit Zuppengrün und sowas und auch in Tomatensauce und so. Ja, so Wege, wie man teilweise vielleicht andere Pilze gar nicht so häufig zubereitet. Der hat halt einen ganz speziellen Geschmack und der mag dann vielleicht auch eher spezielle Zubereitungsmethoden. Also wir schätzen den sehr. So medizinisch ist er noch nicht so viel untersucht worden. Ja, er enthält relativ viele Proteine. Ja, auch sehr viel Antioxidantien. Hat also antioxidative Wirkungen auch schon gezeigt in so ganz kleinen Versuchen, immunmodellierende Wirkungen. Und auch so ein bisschen, ja, hat auch gegen so ein paar Bakterien mal gewirkt in Versuchen. Aber das sind halt keine großen Studien gewesen. Also, aber es ist schon wahrscheinlich, dass der auch wie viele Pilze und auch gerade wie viele Porlinge da ähnliche Wirkungen hat in aller mögliche Richtungen. Ja, es ist wichtig jetzt, die jetzt zu ernten, wenn die noch sehr jung sind. Also hier an dem Stumpf sieht man ja auch noch mal ein Exemplar, was noch viel jünger ist. Ja, das ist natürlich sehr gut, denn, ja, ich krieg's jetzt so gerade nicht so gut abgeschnitten, wenn wir gleich machen. Aber, denn sie sind sehr zart, wenn sie so jung sind. Und es ist trotzdem viel dran. Also auch die hier, ja, man merkt es ja beim Durchschneiden, das muss halt relativ zart sein. Im Alter werden die nämlich sehr zäh. Dann kann man sie nicht mehr essen. Deswegen ist es bei dem Pilz sehr wichtig, die wenn dann jung zu ernten. Und von der Größe her ist das hier noch relativ klein. So ein Fruchtkörper, der kann schon mal 50 cm Hutdurchmesser haben oder sogar 60. Also es ist einer der größten Pilze tatsächlich, die hier so wachsen, definitiv. Ja, also ist so da ganz oben mit dabei, wenn es um Größe geht. Aber Größe ist nicht alles. Deswegen ernten wir die lieber eher klein, wenn sie noch richtig schön zart sind und geschmeidig sich schneiden lassen und so und gut im Geschmack sind. Ja, das ist ein ganz typischer Pilz jetzt eben für die Jahreszeit. Der Markt ist jetzt total auch, wenn es jetzt anfängt mal zu regnen, so ein Mai, wenn es auch mal richtig schüttet oder so. Dann die Tage nach so einem Regenguss oder so, da wachsen die teilweise wirklich in einer rasenden Geschwindigkeit. Und manchmal findet man dann halt Bäume, die wirklich übersät sind mit diesen Fruchtkörpern. Ja, wo die so zahlreich sind. Das ist ja jetzt hier auch so fast so konsolenartig gewachsen. Muss nicht sein. Manchmal sind die auch eher so vereinzelt. Und ja, je kleiner und jünger, desto besser bei denen. Also wirklich ein super Pilz, der schuppige Porling. Übrigens auf Englisch hat er verschiedene Namen. Zum Beispiel heißt er da, die sind fast ein bisschen cooler als schuppiger Porling, da heißt er zum einen noch Dryads, Settle. Und Dryads, das sind also so Baum-Nymphen aus der griechischen Mythologie. Ja, das sind so wie so weibliche Nymphen, wo man sagt, die wohnen in den Bäumen, insbesondere in Eichen. Und es ist so der Legende nach, können die halt auf diesen Pilzen auch wunderbar drauf sitzen, weil die von der Größe hier halt so riesig werden, dass da halt auch mal so eine Baum-Nymphen-Viertel auf Platz hat. Ansonsten heißen sie auch noch Pheasants Back Mushroom. Und es passt heute ganz wunderbar. Denn wir haben ja heute erst Pheasants gesehen und gefilmt. Vor einer ganzen Weile jetzt schon sind wir ja an so einem Feld entlang. Und da habt ihr ja gesehen schon die Aufnahme, da haben wir die Fasane gesehen. Denn dieser Pilz erinnert eben an den Pheasants Back, an den Rücken von einem Fasan. Von dieser Musterung her. Müsst ihr mal vergleichen. Passt ziemlich gut, auf jeden Fall. Der schuppige Porling, hier ist er. Und der wird uns jetzt im Mai hoffentlich hin und wieder noch begleiten. Denn der mag jetzt diese Jahreszeit sehr gerne und wächst eben gerne auf. Laubholz, so insbesondere Harthölzer. Könnte hier eine alte Ulme sein, muss aber nicht. Ja, irgendwie so was in der Richtung. Hier können wir jetzt noch mal die ganze Formen- und Farbenvielfalt der Speisemeucheln sehen. Oder der Meucheln, die man so unter dem Wort Speisemeucheln einfach zusammenfasst. Ja, hier so eine dunkelbraune Variante. Hier eher so was ganz helles, was so ein bisschen so einen Sandton fast hat. Und hier ja auch eher was helles. Aber dafür mit ganz anders geformtem Hut und ein bisschen anders geformten Waben. Viel grölber irgendwie und ein bisschen chaotischer. Die hier haben ein bisschen mehr Ordnung noch in den Waben. Also so unterschiedlich können sie sein. Werden ja teilweise auch als Varitäten angesehen. Teilweise als eigene Arten. Da passiert ja gerade sehr viel in der ganzen Taxonomie. Ja, ziemliches Chaos. Aber das wird sich alles noch lichten. Aber jetzt ist es natürlich so, dass die Morcheln jetzt eigentlich auch wirklich gerade so in ihrem Ziel-Sprint sozusagen sind. Ja, die sind fast auf der Zielgeraden. Denn die sind bald durch. Und was kommt nach der Morchelsaison? Genau, die Winterpilze. Hier geht es jetzt so langsam los. Ja, mit der Winterpilz-Saison ist jetzt endlich wieder soweit. Winterpilze kommen. Hier haben wir jetzt ein paar wunderschöne Samtfußröblinge gefunden. Ja, warum nicht auch mal im Mai. Frisch geschlüpft auch tatsächlich, wie man hier sehen kann. Die wachsen hier so am Fuße von hier so einem gefällten Baum. Ja, hier blühen noch die Buschwindröschen. Und hier wird schon der Winter eingeleitet. Wunderbar, ne? So kann es gehen. Die kommen natürlich auch mit. Passen bestimmt auch gut zu den Morcheln mit dazu. Und hier hat sich das Warten doch jetzt schon ein bisschen gelohnt. Wir waren hier vor anderthalb Wochen. Da haben wir hier zwei Morcheln gesehen. Die waren gerade mal so ein Zentimeter groß. Und jetzt, ja, jetzt sind hier acht draus geworden. Ne, sogar neun. Neun Stück sind jetzt draus geworden aus den zwei. Und die haben jetzt auch eine schöne Größe. Die konnten auch alle noch ein bisschen Sporen verteilen. So ist es recht. Aber sie sind auch nicht zu alt. Also genau richtig jetzt. Sowas ist natürlich toll. Hier einen sehr hellen Ton in dem Fall welche. Tja, die Morcheln, die stehen halt irgendwie echt drauf, wenn man sich komplett für sie verausgabt. Es ist jetzt schon fast dunkel. Ja, schon richtig schöne Abenddämmerung. Stockduster bald. Aber jetzt haben wir noch mal richtig viele gefunden hier an so einer Stelle, wo es bisher in den letzten Jahren nicht so viel gab. Aber dieses Jahr gab es halt hier genug Regen. Zum Glück. Und da hat es sich jetzt doch mal hier gelohnt. Und die Morcheln haben den Regen dankend angenommen. Und natürlich auch unsere Besessenheit jetzt hier nochmal in der Abenddämmerung durch den Wald zu ziehen. Und ja, hat sich also auf jeden Fall noch gelohnt. Sind jetzt aber vielleicht auch die letzten für dieses Jahr. Wer weiß, vielleicht. Jaja. Man weiß nie. Aber so langsam geht es vorbei mit den Morcheln. Meistens so Anfang Mai ist dann halt eben auch eigentlich Schluss. Und dann geht halt jetzt wieder der Morchelblues los. Das dauert dann wieder so elf Monate. Schwerste Depression. Und dann Mitte Ende März bricht dann so langsam wieder die Manie aus. Und dann werden wieder Morcheln gesucht. So oder so ähnlich läuft es dann meistens ab. Das ist dann wahrscheinlich die letzte Ernte für dieses Jahr. Zeit für ein kleines Quiz zum nächsten Video. Wir möchten von euch gerne wissen, was hier so prächtig blüht. Was das für eine Pflanze ist, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns hier über Spenden bei Paypal und bei Patreon. Oder wenn ihr mal in unserem Merchandise-Shop vorbeischaut. Und natürlich auch über Abos mit Glocke. Wenn ihr jetzt sonst so wissen wollt, was jetzt im Mai so los ist, ja Maipilze, schuppige Porlinge, alle möglichen tollen Wildpflanzen auch, dann schaut mal in diese Playlist. Und ansonsten gibt es hier auch ein richtig tolles Video. Bis bald! kommt� rein! in